Hallo Freunde, Hallo zusammen. Ich mache jetzt noch mal ein großes Bild mit 80 x 40 cm mit den gleichen Farben. Ich verlinke es euch oben. Im vorigen Video habe ich die Farben erklärt und werde jetzt auch erst mal wieder ohne Silikon alles machen. Aber ich denke mal dieses mal mache ich es mit einem Cell Creator. Ich mache ein paar Zellen rein und dann lasst uns einfach starten. Ich lasse wieder Musik laufen, dann könnt ihr euch ein bisschen auf das Bild konzentrieren und ich mich natürlich auch. Also dann bis gleich. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020